Mit Anwendungssoftware werden Computerprogramme bezeichnet, die genutzt werden, um eine nützliche oder gewünschte nicht-systemtechnische Funktionalität zu bearbeiten oder zu unterstützen. Sie dienen der Lösung von Benutzerproblemen. Beispiele für Anwendungsgebiete sind Aus dem englischen Begriff Application hat sich in der Alltagssprache auch die Bezeichnung Applikation, kurz App, eingebürgert. Im deutschen Sprachraum wird die Abkürzung App seit dem Erscheinen des US App Store fast ausschließlich mit mobiler App gleichgesetzt. Also Anwendungssoftware für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablet-Computer. Allerdings wird inzwischen auch teilweise Desktop-Anwendungssoftware-App genannt, zum Beispiel beim Betriebssystem Microsoft Windows 8. Das sowohl auf Desktop-PCs als auch Tablet-PCs eingesetzt wird oder bei Apples Betriebssystem OS X mit dem Mac App Store. Eine besondere Form von Anwendungssoftware sind Web-Anwendungen. Auf diese wird vom Arbeitsplatzrechner oder Mobilgerät über einen Web-Browser zugegriffen und sie laufen im Browser ab. Funktion in Abgrenzung zu systemnah Software Anwendungssoftware steht im Gegensatz zu Systemsoftware und systemnah Unterstützungssoftware. Dazu zählen die Programme, die für den korrekten Ablauf einer Rechenanlage erforderlich sind, sowie alle Programme, die die Programmerstellung unterstützen, zum Beispiel Übersetzer und Testwerkzeuge und allgemeine Dienstleistungen bereitstellen, die aber keinen anwenderbezogenen Nutzen bringen. Beispiele sind das Betriebssystem, Compiler für verschiedene Programmiersprachen oder Programme zur Datensicherung. Anwendungssoftware kann sowohl lokal auf einem Arbeitsplatzrechner bzw. auf einem Mobilgerät installiert sein oder auf einem Server laufen, auf den vom Arbeitsplatzrechner bzw. Mobilgerät zugegriffen wird. Sie kann abhängig von der technischen Implementierung im Modus Stapelverarbeitung oder im Dialogmodus ausgeführt werden. Diese beiden Unterscheidungen gelten aber für alle Computerprogramme, grundsätzlich auch für Systemsoftware. Die Trennlinie zwischen Anwendungssoftware und Systemsoftware verläuft unscharf. So kann man zum Beispiel Programmbibliotheken sowohl als Teil eines Betriebssystems, als Teil einer Anwendung oder auch als eine Schicht zwischen Anwendung und Betriebssystem betrachten. Ähnliches gilt für Webbrowser. Eher der technischen Seite sind Systeme der Middleware-Susorechnen, die jedoch auch anwendungsspezifische Funktionalität aufweisen können. Auch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Software sowohl zur Anwendungsentwicklung als auch für normale Anwenderfunktionen einzusetzen. Zum Beispiel Systeme für die Tabellenkalkulation, Texteditoren oder für Endbenutzer geeignete Datenbanksysteme. Schließlich könnte etwa ein Programmierer seine Werkzeuge genauso als Anwendungssoftware verstehen wie ein Buchhalter seine Bilanzsoftware. Anwendungssoftware auf mobilen Endgeräten native mobile Apps können schnell und unkompliziert über einen in das Betriebssystem integrierten Online-Shop bezogen und direkt auf dem tragbaren Gerät installiert werden. Mobile Web-Apps werden über den Browser des Mobilgeräts abgerufen und müssen nicht installiert werden. Anwendungssoftware über ein Netz in einem Webbrowser Web-Anwendungen erfordern im Gegensatz zu Desktop-Anwendungen kein spezielles Betriebssystem. Teilweise jedoch spezielle Laufzeitumgebungen-Einsatz. Anwendungssoftware wird in erheblichem Umfang zur Unterstützung der Verwaltung in Behörden und Unternehmen eingesetzt. Anwendungssoftware ist zum Teil Standard-Software. Zu großen Teilen werden auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittene Branchenlösungen als Individuallösungen eingesetzt. Aktuell bedeutsam ist der Einsatz mobiler Apps im Unternehmenskontext. Im Bereich der strategischen und wirtschaftlichen Anwendungssoftware innerhalb eines Unternehmens spricht man auch von Business-Anwendungen oder Business-Software.